Der Green Tech Campus, ich habe davon gehört, was hier alles stattfindet, ich konnte es nicht glauben. Weil diese Philosophie und diese Idee und die Ideen auch zu entwickeln, alternative Energiequellen, Energietransport oder auch regenerative Energien zu entwickeln, einfach durchzuziehen, habe ich selber mir immer schon vorgestellt, wie das funktionieren könnte. Jedoch hätte ich nie gedacht, dass das auch wirklich jemand macht. Ich habe davon gehört, konnte es nicht glauben, war hier und musste es glauben. Ich würde wieder herkommen, jedoch muss ich jetzt erstmal zu Ende studieren und dann gucken, was mit dem Bachelor dann so geht.